Advent, Advent, die Zündkerze brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann steht der Livestream vor der Tür. Hallo Leute, schönen guten Abend. Heute ist der 1. Dezember und wir, das heißt Kasi und ich, haben eine Premiere vor und zwar werden wir am 22. Dezember, das ist ein Freitag, abends um 22, nein, abends um 20 Uhr einen Livestream machen. Dazu seid ihr recht herzlich eingeladen, uns an diesem Abend zu begleiten. Ihr könnt Fragen stellen, über welche Themen, mal schauen, was es dann zu geben, was es dann zu Fragen gibt, was es zu erzählen gibt und und und. Das wird so ein bisschen so einen weihnachtlichen Livestream werden. Wir haben dann sozusagen auch mal die Möglichkeit, mit euch, unserer Community sozusagen, live in Kontakt zu treten. Wir haben das schon mal so ein bisschen ausprobiert und schauen wir mal, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wird jedenfalls spannend und interessant, denn es gibt auch noch eine Besonderheit. Das Gewinnspiel von Kasi, was heute am 1. Dezember startet, wird dann an dem 22. werden dort dann die Gewinner ermittelt. Das live sozusagen. Ja, also, merkt euch den Termin vor. 22. Dezember, freitagsabends um 20 Uhr live auf meinem Kanal. Also, wir sehen uns. Bis dann, Leute. Tschüss.